Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten unserer Bischofwarenautomaten lassen sich besonders gut am Beispiel unseres Vision XL aufzeigen. Nicht nur Lebensmittel können mit dem Vision XL perfekt ausgegeben werden, sondern auch besondere Anwendungsmöglichkeiten, wie in diesem Fall Paddelschläger und Bälle. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Karte ran, um die Kartenzahlung zu aktivieren. Ihnen wird 25 Euro Kredit angezeigt. Sie wählen das Produkt, in dem Fall die 31. Und halten die Karte nochmal vor, um die Zahlung zu bestätigen. Nun wird Ihr Produkt abgeholt und mit dem Lift zum Ausgabefach befördert. Und die Paddelschläger können nach Gebrauch an einer zentralen Stelle zurückgegeben werden. Wir beraten Sie gerne zu Ihrer persönlichen Verkaufsidee und den vielen Möglichkeiten, die der Vision XL oder einer unserer anderen Automatenlösungen für Sie bietet. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin bei Bischofwarenautomaten. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin bei Bischofautomaten.